Die Europäische Union hat sich bei BioNTech und Pfizer bis zu 1,8 Milliarden weitere Dosen ihres gemeinsamen Covid-19-Impfstoffs gesichert. Es ist der dritte von der EU besiegelte Vertrag mit den beiden Partnerunternehmen. Im Rahmen von zwei früheren Verträgen hat die Europäische Staatengemeinschaft schon 600 Millionen Impfdosen von BioNTech und Pfizer bestellt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagt am Freitag beim Besuch eines Pfizer-Werks im belgischen Purs, dass der neue Vertrag fast fertig ist. Wir werden in den nächsten Tagen abschließen. Sie bestätigt am 14. April, dass mit dem deutschen Unternehmen BioNTech und dessen US-Partner Pfizer über die Lieferung der Riesenmenge verhandelt wird. Diese soll bis 2023 geliefert werden. Damit sollen Impfungen von Erwachsenen aufgefrischt und die 70 bis 80 Millionen Kinder in der EU gegen das Coronavirus immunisiert werden. Auch auf Basis der beiden bisherigen Verträge erwartet die EU von Anfang April bis Ende Juni 250 Millionen BioNTech und Pfizer-Impfdosen. Deren mRNA-Impfstoff ist der erste, der in Europa zugelassen ist. Er gilt als sehr wirksam und auch sehr sicher. Ein Vorteil dieser neuartigen mRNA-Technologie ist, dass Impfstoffe relativ schnell auch an Virenmutationen angepasst werden können. Dies dürfte bei den Auffrischungsimpfungen wichtig werden. Als Nachteil wiederum gilt, dass das Präparat sehr tiefgekühlt gelagert werden muss und auch dass es vergleichsweise teuer ist.